Die Goldene Henne 2023 steht vor der Tür. Florian Silbereisen wird erneut durch die glamouröse Gala führen, bei der Stars und Sternchen ausgezeichnet werden. Florian Silbereisen ermoderiert wieder die Goldene Henne. Bald ist es wieder soweit. Der größte Publikumspreis Deutschlands, die Goldene Henne, wird wieder in Leipzig verliehen. Die Goldene Trophäe wird wieder in fünf Kategorien vergeben. Film und Fernsehen, Musik, Sport, Aufsteiger des Jahres und neu mit dabei Comedy. Des Weiteren gibt es wieder mehrere Ehrenpreise. Am 13. Oktober 2023 ist es soweit und die glamouröse Gala wird wie gehabt im Fernsehen live übertragen. Nachdem mehrere Wochen gemunkelt wurde, ist nun auch klar, wer durch den Abend führen wird. Feste Show-Moderator Florian Silbereisen, 42 Früher nahm er die Goldene Henne selber mit nach Hause. Seit dem letzten Jahr ist er der neue Moderator der Preisverleihung. Goldene Henne 2023, das sind die Nominierten. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung bei der Goldenen Henne. Die Kategorien Entertainment und Schauspiel sind ab 2023 zusammengefasst zu der Rubrik Film und Fernsehen. Als fünfte Kategorie fungiert nun Comedy, in der Comedians, Satiriker und Kabarettisten geehrt werden. Kürzlich hat der MDR auch bekannt gegeben, welche Stars und Sternchen in diesem Jahr in den unterschiedlichen Rubriken auf die Trophäen hoffen dürfen. Kürzlich wird erveten. Kürzlich wird er das gesehen. Kürzlich wird er jetzt noch erhöht. Kürzlich wird er jetzt gesehen. Kürzlich wird er in der Vielleichten willingness reconf parfois Zeit verذelt. Kürzlich wird er denn dafür Daredeck leften wpiej. Und Ivy wird erfolgt.